Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Legung und wir wollen hier schauen, was dein Herzmensch bei eurem letzten Kontakt über euch gedacht hat, bzw. wie er euren letzten Kontakt wahrgenommen hat. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Ihr münzt euch das bitte um, ihr bedenkt aber auch bitte, dass es allgemeine Legungen sind, das heißt die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich lasse die Karten wie immer springen, ja und dann schauen wir mal, was ich hier so zeigen möchte. Okay, also, ach guck mal, da haben wir schon eine Karte, die wollte sich unbedingt zeigen. Das sind schon mal die Liebenden. Die Liebenden, ja, die stehen natürlich in erster Linie auch für eine liebevolle Energie, für eine verliebte Energie. Sie steht aber auch für zwei Gesichter. Es ist eine Zwillinge-Energie. Es kann also auch gut möglich sein, dass hier bei eurem letzten Kontakt auch irgendwie etwas Zweideutiges war oder dass es hier um irgendeine Entscheidung ging bei euch beiden. Im Großen und Ganzen ist es aber schon eine liebevolle Energie. Was haben wir hier an der Unterseite? Da ging es um einen Neuaufbau. Also, wahrscheinlich habt ihr euch hier gesehen oder Kontakte gehabt, also euch ausgetauscht und es ging ja darum, wie kann man etwas oder eure Verbindung wieder in kleinen Schritten aufbauen. Als ob man hier auch versucht hat, wieder anzupendeln. Als ob man hier versucht hat, wie gesagt, in einen Neubeginn zu gehen, in eine Heilungsenergie. Wir haben hier die Jungfrauenergie und man hat wieder versucht, etwas hier aufzubauen. Wir schauen jetzt mal weiter. So, da haben wir hier schon mal die 10 Kelche. Das ist natürlich eine absolute emotionale Erfüllung. Also, dein Gegenüber, auch passend zu den Liebenden, hat sich hier emotional sehr erfüllt gefühlt in deiner Umgebung oder in dem Kontakt zu dir. Es kann aber auch sein, und das darf man bei den Kelchen auch nicht unterschätzen, Kelche ist nicht unbedingt immer etwas, was sofort greifbar ist. Wir haben hier eine Fische-Energie, ein neptunisches Prinzip und Mars in Fische ist die Aktivität, die oftmals so ein bisschen im Sande verläuft. Das ist so dieses, ich bin aktiv, aber in meinen eigenen Träumen, in meinen eigenen Vorstellungen. Und ich kann mir hier gut vorstellen, dass dein Gegenüber in seiner Vorstellung, seiner visuellen Kraft hier die absolute Erfüllung mit dir leben wollen würde und sich hier emotional, wie gesagt, total erfüllt gefühlt hat. Aber es muss jetzt nicht zwangsläufig die Energie sein, die auch wirklich in die Realität umgesetzt wird. Was haben wir an der Unterseite? Da haben wir nämlich hier die zwei Münzen. Und da geht es nämlich genau darum, dass es hier um eine Entscheidung geht. Es geht hier um eine abwägende Situation. Also, dass man hier oftmals auch, und das so deute ich auch immer die zwei Münzen, dass man Gefahr läuft, zu lange mit einer Entscheidung zu warten und dann schöne Chancen und Möglichkeiten einfach davonfließen lässt. Und es kann sein, dass dein Gegenüber hier auf der einen Seite, also absolute emotionale Erfüllung und auch mit den Liebenden wirklich so dieses Liebesgefühl in deine Richtung. Aber man versucht das auch immer so ein bisschen, na wie soll ich sagen, so ein bisschen auszusitzen. Man trifft hier keine klaren Entscheidungen. Aber ich nehme das so wahr, dass dein Gegenüber, dass ihm das aber auch schon bewusst ist, dass hier irgendwo Entscheidungen getroffen werden müssen. Beziehungsweise kann es sein, dass dein Gegenüber ja auch Chancen und Möglichkeiten sucht, um eine neue Stabilität in eure Verbindung zu bringen. Jetzt lasse ich mal hier noch, also nochmal eine Karte springen. So, das ist krass, ich habe es gerade noch gesagt. Also es geht hier, die sind ein bisschen, so. Okay, wir haben hier die sieben Münzen. Die sieben Münzen steht für eine Geduldsenergie. Also es geht darum, hier auch genau zu prüfen, Saturn in Stier. Es geht darum, hier zu prüfen, also erstmal auch das Thema Geduld. Und was kann ich letztendlich, was ich sehe, das ernte ich. Also es ist deinem Gegenüber auch schon bewusst. Aber es ist auch die Karte der Geduld. Dein Gegenüber ist ja massiv geduldig. Und ich glaube, das ist für dich jetzt nicht zwangsläufig zufriedenstellend, weil die sieben Münzen hier wirklich, ja, wie soll ich sagen, nicht die schnellste Energie ist. Und man prüft natürlich auch mit Saturn in Stier die Wertigkeit dieser Verbindung beziehungsweise inwiefern kann man das auch alles realisieren. Also das, was ich ja auch gerade schon sagte. Und an der Unterseite haben wir hier nämlich den Ritter der Münzen. Und die Münzen sind ja nun nicht das schnellste Element. Es ist zwar das wertbeständigste oder die beständigste Energie, aber es ist nicht die schnellste Energie im Tarot. Und ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber hier, wie gesagt, ganz tiefe Emotionen in deine Richtung hat, sich hier wirklich ganz viel in deine Richtung vorstellen kann, ne, zehn Kelche. Aber diese Umsetzung, die ist hier ein bisschen langwierig. Weil dein Gegenüber hier immer prüft, inwiefern ist denn diese starke emotionale Verbindung auch im Alltag lebbar. Es kann natürlich auch sein, das sage ich auch ganz ehrlich, dass dein Gegenüber sich ja auch mit dieser existenziellen Situation auseinandersetzt. Also dass man hier wirklich schaut, okay, wenn man sich jetzt auf dich einlässt, inwiefern ist man denn hier auf demselben Nenner, wenn es um Existenz geht. Also verdient ihr ähnlich? Habt ihr ähnliche Vorstellungen, häusliche Situationen? Wie könnte man also auch diesen gemeinsamen Alltag bewältigen? Also das nehme ich ja auch so wahr, dass sich dein Gegenüber darüber tatsächlich auch Gedanken macht. Wie gesagt, rein von der emotionalen Ebene, hier die absolute Erfüllung. Und Saturn in Stier, das ist auch noch eine wichtige Energie, ist auch eine Liebe, die sehr beständig ist, also eine emotionale Verbindung, die sehr beständig ist und wahrscheinlich auch noch nicht, also nicht erst kurz existiert, sondern hier schon über längere Zeit. Weil Saturn ist eine sehr alte Energie, eine sehr beständige Energie und Stier lässt auch nicht so los. Also Stiere, die brauchen wirklich im Tierkreis, sind die, die am schwersten irgendeine Situation loslassen können. Und wie gesagt, mit dem Ritter der Münzen prüft man hier aber aus, so dieses, ja, vielleicht ist man sich auch wirklich zu verschieden in der beruflichen Situation, in der Wohnsituation. Vielleicht ist einer von beiden auch noch gebunden und man überprüft oder denkt auch darüber nach, was würde ich denn hier zurücklassen, was habe ich mir schon aufgebaut, was würde ich zurücklassen, wenn ich mich jetzt auf eine Verbindung mit dir einlasse. Und darüber, also man ist hier so hin und her, wir haben, guckt mal, wir haben hier eine Liebesenergie und dann die Münzen, wir haben hier diese absolute tiefe emotionale Erfüllung, dann haben wir hier wieder diese Schwanken, da auch wieder mit Münzen und hier haben wir auch wieder die Münzen. Also es geht, man ist hier wirklich so hin und her gerissen zwischen dem Gefühl und dem Realismus oder das Machbare auch auf existenzieller, finanzieller, materieller Ebene. Also das nehme ich hier schon so wahr, dass dein Gegenüber da wirklich sehr hin und her gerissen ist, aber ich denke auch, dass deinem Gegenüber bewusst ist oder auch im letzten Treffen oder Kontakt wieder bewusst war, dass man hier nicht so sehr oder nicht so lange mit diesen Möglichkeiten spielen kann. Ja, weil, ja, du sicherlich auch irgendwann mal für dich eine Grenze erreicht ist. Auf jeden Fall auf der Herzebene ist das hier eine sehr stabile Energie. Und bei dem einen oder anderen kann es auch wirklich sein, dass man sich ja ganz speziell über diesen Alltag und über die Existenz wahrscheinlich auch schon unterhält oder schon darüber gesprochen hat, welche gemeinsamen Ziele oder Vorstellungen hätte man. Ich lasse jetzt hier mal noch eine Botschaft von Herzen springen. Da haben wir sie schon. Guckt euch das mal an. Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt und an der Unterseite, tief in deinem Herzen, kennst du bereits die Antwort, tu das, was für dich richtig ist. Und das meine ich auch immer. Ihr dürft hier schauen, was fühlt sich für euch stimmig an. Begebt euch hier nicht unbedingt in so eine Worteschleife, sondern macht euer Ding. Bei deinem Gegenüber habe ich das Gefühl, hier ist noch ganz viel Geduld gefragt. Beziehungsweise, naja, Geduld ist vielleicht nicht unbedingt zwangsläufig das richtige Wort, aber es geht hier wirklich darum, dass dein Gegenüber wahrscheinlich nicht der Schnellste ist, wenn es auch um diese eigene innere Sicherheit geht. Selbstwertthematik bei Münzen und Materielles spiegelt auch oft unseren eigenen Selbstwert wieder. Ja, das ist das, wenn du hier in die Reisegruppe gehörst, was dein Gegenüber bei eurem letzten Kontakt, entweder persönlich oder im Schriftkontakt, gedacht und gefühlt hat. Ja, ihr Lieben, das war jetzt nochmal ein kurzer Einblick. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.